Hallo und herzlich willkommen in T-Bone's Garage. Im heutigen Video ist ein Werbevideo für die Firma Leonhard Weiß. Kann sich du bewerben. Hast du in deinem Job nichts zu lachen, dann komm zu Leonhard Weiß. Denn LW heißt Lach wieder. Bei uns kannst du in der Arbeitszeit Rohre verlegen und bekommst dafür noch Geld. Wir sind die Leute von der Firma Weiß, von der Firma Weiß, wo jeder weiß, wo jeder weiß, wir kümmern uns um jeden Scheiß. Das ist mein Kollege, der Bar G, der steht den ganzen Tag rum und das ist auch schön. In meiner Firma gibt es über 30 verschiedene Berufe. Darum ist irgendetwas bestimmt auch für dich dabei. Vom Arbeiter zum Büro, zum IT, Computer oder Baggerfahrer, Gräterfahrer, zum Betonieren, auch in der Werkstatt, Kfz-Mechaniker, Staplerfahrer, Berufslkw-Fahrer und zig andere Berufe bietet die Firma Leonhard Weiß an. Auch Quereinsteiger, die absolut mit der Berufswelt nichts am Hut haben, können sich bewerben. Wir haben viele Fachkräfte, die erst bei uns mit den Schulungen so weit gekommen sind. LW, Lach wieder, Lach weiter. Aber eins kann ich euch sagen und das ist mein Ernst. Die anderen Firmen finden uns nicht zum Lachen, weil wir sind auf Platz 9 in Deutschland. Ich kann jetzt nur draußen von der Baustelle reden. Wir bekommen auf jeden Fall unsere Arbeitskleidung, unsere Schutzausrüstung, Arbeitsschuhe, alles gestellt und müssen das nicht selber bezahlen. Weiterhin werden wir auf Schulungen geschickt, weitergebildet und weiter gefördert. Ich werde dir unten oder hier unten beschreiben, wo du dich bewerben kannst. Einmal Satteldorf, einmal Göppingen. Wir haben noch andere Sitze, die befinden sich in Deutschland. Damit ich es dir vielleicht noch etwas schmackhafter zu machen, bei den Besten zu arbeiten. Für jeden Mitarbeiter, der sich bei uns bewirbt und auch bei der Firma bleibt, würde ich bekommen 1000 Euro. Aber ich kann ja mit dem Geld machen, was ich will und ich würde das mit euch teilen. Wenn du da Interesse hast, dann schreib T-Bone dazu für jeden Quereinsteiger oder Fachkraft oder Azubi-Lehrling. Ich bin der Animateur oder Amateur auf der Baustelle. Weiß nicht mehr, hab schon wieder vergessen. Noch eine kurze, schnelle Information. Leonhard Weiß ist seit 1900 im Baugewerbe tätig, hat zwei Weltkriege überlebt, hat mittlerweile über 6300 Mitarbeiter. Und es werden monatlich mehr. Ade, Barschi. Euer T-Bone. T-Lin, 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 T-Lin. Sitzt T-Bone in seinem Baggerle. Macht er viele Meterle. Doch unten im Graben, da will ihn keiner haben. Vertiebauen über deine Wiese mit dem Bagger ist danach die Wiese Acker. Ist er später dann fertig, hat der Rasen wieder eine super Optik. Hast du Interesse als Bauarbeiter zu arbeiten, dann bring ich dir bei, wie man Rakete schießt, Bagger fährt, wie man schaufelt, wie man Kernbord, wie man Kabel verlegt, wie man Rohre verlegt, wie man Kabel zieht, wie man Kabel repariert, wie man Kabel abbaggert, wie man pflastert, wie man betoniert, wie man asphaltiert, wie man humussiert, Schotterplanie einbaut. Splitt abzieht, Splitt einbauen, absanden, abrütteln, kehren, schaufeln, pickeln, meißeln, spitzen und wie man lästige Fragen gegenkontert. Jede Woche wird man einmal gefragt, ob wir nach Gold graben. Die Antwort ist, nein, mein Opa hat vor 40 Jahren 5 Markstückchen verloren. Und das suchen wir heute.